Da steht, sie wurden wegen Pernament-Hacking vom Server gebannt für zwei Stunden, wo ich, wie jeder normale MC-Spieler, PvP gemacht habe. Wurde, aber für zwei Stunden wurdest du gebannt? Ja. Bleiben, warte mal ganz kurz. Ich bin gerade bei diesem Supporter-Typ. Was? Ich bin gerade bei diesem Supporter-Typ. Ja, da ist gerade so die richtige Eskalation. Ja. Fällt mir gerade auch auf. Warte kurz. Warten Sie mal kurz. Ich muss auch kurz mein Freund was auf Skype schreiben. So. Okay. Warten Sie mal. Ich muss kurz Ihre Lautstärker ein bisschen höher machen. Lautstärker anfassen. Äh. User left your channel. Äh. Okay, egal. Ähm. Mach mal kurz den Genern, bitte. Hä? Was? Also mein MC-Namen. Ja. Äh. Also mein MC-Namen ist... XXX. Ja. Unterstrich. Ja. Ähm. Äh. So ein Smiley, also Doppelpunkt D. Ja. Äh. Äh. Ich mag Pokémon. Ja. Unterstrich. XXX. Das war's. Ich hab's gerade gefixt. Hoppla. Ich bleib' ein bisschen Schokade. Okay. Ups. User joined your channel. Mein Fehler. Mein Fehler. Zumal ich. Ich hab's gerade gefixt. Okay. Ich hab's gerade gefixt. Ich kann ein Name überhaupt zu lang sein. Oh Gott. Also weißt du... Äh, zu lang so was für Track-Ban-Name, ne? Hä? Was ist? Track-Ban-Name. War richtig, ne? Äh, geil. Fatsch, ey. Er wollte mich alle flaxen, graz war es noch Track-Ban. Check-Ban, ey, alle wollen mich flaxen. Was ist soll ich sagen? Okay, das muss es sein. Ähm, Alter, um... Fuck, schreib mir mal bitte einmal deinen Namen hier rein. Äh, im T-Chat? Oder wo genau? Ja, das kann ich jetzt mal machen. Ähm, so. Äh, so, bei Rifflings-Aufgaben, so schreib ich jetzt mal. X, X, X. Unterstricht. Und D. 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 Come on. Wie war dein Name? So. Mh, mh, und weil sie ein Name definitiv offen sind. Gut für Schüsse. Also, willst du noch irgendetwas sehen? Äh, ne. Woll ich jetzt, äh, Endband für diese zwei Stunden? Sag mal, dein Name hat existiert gar nicht, wenn du da angegeben hast. Du musst dich in Minecraft so nicht nennen. Hä? Ich hab, hä? Aber ich hab mich so genannt. Hast du wahrscheinlich nicht. Hä? Warte mal, ich check mal nochmal nach. Oh, ich hab was auch falsch gemacht, ups. Äh, die Pokémon muss anfangs groß, der Rest klein. Ich hab aus Versehen noch meine feste Bildtaste angelassen. Äh, und 10? Äh, und 10? Äh, ja. Und ich hab, äh, am Ende kein Unterstrich. Am Ende ist noch ein X, X, X. Kleiner, doch. Wir müssen den Namen einfach nochmal angüsten. Okay, kann ich machen. Äh, warte nochmal. So. Äh, krieg's eh. So. So. Ich mag. Tocke. Tocke. Man. X. X, X. So. Habt ihr nur ne Fälligkeit wohl falsch. So, mein Name wäre ein Doppelpunkt D. Ja. Geht nicht. Hä? Aber das geht, das geht. Es geht einfach nicht. Minecraft lässt solche Zeichen nicht nur. Aber bei mir ist der Name so. Warte mal, ich geh auf einen Server und schick nochmal nach. Auf den Server gehst du denn? Ich geh jetzt auf, ähm, ähm, äh, ich mag defrostarmee.de, geh ich mal kurz und guck da meinen Namen. Äh. Ja? Ja? Äh, Nico, sag mir mal kurz den Zahl zwischen 1 zu 100. Ähm, 82. Oh ja. Okay. Okay, warte, warte, dann mag ich das gleich wieder. Hunter. Ja. Wie gesagt, dein Name funktioniert so in Minecraft nicht. Ich weiß ja nicht, ob du mit Cracked spielst. Hä? Was ist das? Nach, äh, Handwiss oder so, warte ich weiß, während Cracked so manch, manches möglich, ähm, mit zum Beispiel das Nennen von, äh, nicht gut gelassenen Namen. Hä? Aber, äh, ja gut, aber ich heiße so ein MC, ich weiß nicht, was das der Fehler ist. Der Name funktioniert nicht. Und wenn man jetzt den auch mal suchen würde, äh, suchen würde, äh, bei, äh, sämtlichen Seiten über Namen nachschauen kann, ob die schon bereits existieren oder nicht, äh, wie zum Beispiel Name MC, kommt nix. Hä? Aber ich heiße wirklich so. Ich weiß gerade nicht, was, ich weiß gerade nicht, was der Fehler ist. Fehler ist dein Name. Wie gesagt, es geht einfach nicht. Aber ich bin mir so safe, dass er so war. Was? Aber ich bin mir so sicher, dass er so war. Wie lang spielst du schon Minecraft? Äh, also wo es released wurde, habe ich mir direkt geholt. Und da meinst du dich so genannt zorn? Ja. Als es released wurde. Und wie alt bist du denn jetzt? Also ich bin aktuell, ähm, Dings, 23. Okay, witzig. Uh, was können wir daraus resultieren? Kannst du mal ne schöne Verarsche? Hast du es erreicht, was du wolltest? Na, hä? Ich weiß nicht, wo... Nix, äh. Ich weiß wirklich nicht, was sie meinen. Ich bin für ein Typ, der... 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 Und auf welche? Und auf welche? Also ich bin für ein Typ, der diese Testpricks oder so macht. Äh, ich hab schon ein paar Videos davon gesehen, aber... Ja, ich mach so was selber nicht. Und ich hab nicht meinen YouTube-Chall. Und... Ich weiß nicht mehr, was auf... äh, was das Aufnahmeprogramm es gibt. User joined your channel. Hm, gab ich? Ja. Also hier ist ein Typ. User joined your channel. Also ingame. Ach, Zoro, akbar wie. Ah, na ja. Also, in der typische Support-Frage. Hä, nein. Eigentlich. Hier meint jemand, er sei 23. Dieser Zane 01. Und sein ingame Name ist... xxxxx.d. Ich mag Pokemon xxx, was nicht gilt. Nein, nein. Ähm, äh, Dings. Äh, Nico. Nein, das ist so mein Fehler. Sorry. Nico hat grad ein Fail gemacht. Er hat das nämlich falsch gestanden, womit... ... man den... ... und... äh... ... nachziehen kann und... ... äh... ... äh... ... falsch gestanden. Also... dann warte ich die zwei Stunden... ... äh... ... äh... ... der wurde für zwei Stunden gewonnen. Okay, jetzt interessiere ich keine zwei Stunden mehr. Ja, ein bisschen weniger. Heiß. Heiß. Gewort voll, sag ich. Er hat mich ja schon geschrieben. wie... Ja... Ja, ja, ja. Ja, sein Name ist... ... xxxxx... ... von Pokemon... ... xxx... ... und das hat aber kein Doppelpunkt mehr. Ja? Oh. Ich habe das... ... die richtigen Doppelpunk-Pakete kommen zwischen dem... ... xxxx. also das überschreitet auch schon 16 zeichen das ist schon mal ich weiß nicht wovon sie reden ja also ich erkläre mir den aufgebendet hey warten sie mal